Warum sehen Stellenausschreibungen eigentlich immer noch so aus wie vor 100 Jahren? Zusammen können wir eine Stellenausschreibung per Video realisieren und so ihre Firma in ein ganz besonderes Licht rücken. Viele Bewerber können es sich mittlerweile aussuchen, bei welcher Firma sie arbeiten wollen. Durch ihre ganz besondere Stellenausschreibung sieht der Bewerber schon vorab, mit welchen Kollegen er zusammenarbeitet, wie sein Arbeitsplatz aussieht und welche Vorzüge ihre Firma vielleicht sonst noch so zu bieten hat. Lassen Sie uns also gemeinsam einen Imagefilm für genau diese Stellenausschreibung produzieren. Ich bin Daniel Waadt und Filmproduzent in Schwabach bei Nürnberg. Untersuchungen haben gezeigt, dass von den Kunden ein Video deutlich öfters angeschaut wird als Textlandschaften auf ihrer Webseite. Nutzen Sie das Potenzial und erstellen Sie jetzt mit meiner Hilfe einen entsprechenden Imagefilm. Ich freue mich jetzt auf Ihren Anruf und helfe Ihnen sehr gerne dabei, die passenden Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017